Ich darf das nicht aber erklären. In der Mitte da drüben die Schadze auf. Deswegen stinkt das bestimmt so. Ich muss die Kamera schnell halten. Hört auf! Ich muss den Wunsch weg. Mir auch. Aber damit macht er das viel besser, ne? Der macht das vor allem viel besser, wenn der Bruno nicht da ist. Dominik, der Pekko macht das auch viel besser, wenn der Bruno nicht da ist. Ich wollte nur versagen. Hört doch auf jetzt! Mann!